Herzlich Willkommen in dem Metze Power Cup Achtelfinale. Mit dabei ist Einig mit Artach. Grüß euch. Ah, das war nur ein Spaß. Ja, ja, ja. Fun-Gamer! Lass mich selbst einmal ausgemützt. Ich sage Danke. Bye. Na gut, fang ihn. Hast du schon mal was gemacht bei deinem Vorhaben? Ich glaube nicht. Oh ja, hast du schon ein Liga-Trefferchen. Jetzt hast du auch einen Bokeil-Trefferchen auch. Ein Liga-Treffer? Boah, wie ist denn das passiert? Eine Kunst. Ja, Alltag ist ja auch in der Krise. Wir haben zwei zu eins getan. Wir spielen hier in Deutschland, wo auch immer Sportfreunde Lotte herkommt. Boah! Oh Gott, dann gibt's ja da keine Väter. Ja, so schön war das auch nicht wieder, dass das nochmal gezeigt wird. Ja, war gut gemacht, war schnell. Unüberlegt. Was man sagen muss, ich habe mir da Zeit genommen für die Annahme. Ja, nicht einfach draufbeilert, sondern... Genau. Wui! Oh. 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 Schade. Und da stößt so schön angenommen und dann macht das so ein Hund Spaß. Ja, Alter, griselt ganz gewaltig eigentlich, das ist eigentlich traurig. Oh. Oh. O. weiter weiter nein das wäre glaube ich schon die zweite elfmetersituation über die man streiten kann gewesen das wäre eine bittere antwort gewesen aber verdient so war es jetzt gerecht doch der schießt gar nicht mehr oder trimitz steht der pokal treffer hier beide gemacht das habe ich jetzt nicht mehr glaubt dass es den noch macht ja jetzt noch mal drüber das ist nicht extra nicht ab dachte ich kippen extra nicht ab jetzt naja das war das einmal annehmen das zweimal glaube ich hat er berührt sogar erst mal gleich schade das war eine gute antwort gewesen ja und da steht halt da schon zu waren 2 0 hinten was meinst du das hat er zweimal angenommen ja ich glaube er hat ihn zweimal oder berührt bevor er geschossen hat ok oder einmal weit auf ich kann mich jetzt nicht so schnell ja vielleicht hat er dann einmal noch auf die füße gekriegt ja naja ja komm aber jetzt ja komm aber jetzt aber jetzt jetzt ist aber der part gefallen ich wollte dass er nach vorne krätschen und jetzt von hinten rein steigt der wixer aber ich Gott sei Dank noch gelbe ja aber weißt du ich wollte eigentlich nur so krätschen dass er die Flanke nicht machen kann nicht rein krätschen aber schon Beine Beine genau ja wirklich so wollte ich das nicht machen eigentlich kann man sagen du hast Glück dass er noch steht und Platz ja drehm jetzt jetzt und ich glaube was wird das oh was wird das jetzt und den wollte er noch irgendwie berühren wenn was jetzt Boah, das war aber auch hart. Uuuuh, diese Gäste sieht aber nicht gut aus. Gescheißen, 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 Alter. Was? Jetzt glaube ich, steht es fest in den Sternen. Dieser Schiedsrichter ist nicht für Lotte. Na komm, das war nicht der Ärger, das Fall ist, als du im Strafraum gemacht hast. Ja, so zwei, vielleicht nicht gegen die Elfer. Und jetzt liegt auch noch einer. Jetzt liegt auch noch einer. Ist gut, weil er lebt das abseits dann auf, Bellarabi macht's. Gescheißen, Alter. Echt doch, kacken, scheiß, Schiri, wirklich. Das muss ich auch ehrlich sagen, das war jetzt eine Hammerentscheidung. Besonders auch diesen, der einen Elfen, der den Hetz geben müssten, sag ich, den anderen, der ist bloß streitfrei, ob das er war oder nicht. Das war's. Aber das finde ich dumm gemacht, dass sie das Entfieber auch noch nicht eingebaut haben. Wenn der Boden liegt, dass der nicht abgebrochen wird, weißt du, wie ich meine? Der wird ja wirklich das Abseits aufgehoben, weil er am Boden klingelt. Das hätte so gar nicht passieren dürfen eigentlich. Und den Scheidern erneut. Oh, er wollte auch gleich direkt um. Ich enthalte mich der Meinung jetzt. Also wenn sie das heute verlieren, nur wegen den Scheidern, oder wirklich? Ja. 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 Wer hat Geld? Ich hab doch auch kein Spiel gesehen. oh der war auch ganz schön knapp der hat sich schon runter gesenkt ja oder dring mich weg ok der war abgefasst gar nicht abgefasst ich glaube auch nicht weil er ich bin auch ein wo Oh. Oh, Alter. Ja! Oh, mein Gott! Alter. Zorn, mein Aussetzer. Ja! Ob das nicht schon abseits war eigentlich? Weil das ja extremst beim Torwart gestanden. Nein, ich glaube nicht, dass das abseits war. Ich habe nach hinten gefangen. Ich bin ja ziemlich weit an die Linie. Ja. Okay. Oh. Okay. Verschieds in der Pass einfach. Oh, das war schön gemacht. Ja! Oh, das war zu viel. Oh. Das war... Das war zu viel, ja? Das war zu viel. Oh, das war eine gute Flanke. Oh. Oh. Bist du deppert? Geht doch scheißen, Alter! Echt? Oh. Das ist echt ein Tor, mein Assis, das gewesen. Wahnsinn! Tschö, Kevin. Augustin. Mit der Direktübernahme. Oh, er da. Oh. Oh. Nein. Oh. Warte. Nein! Ja. Na Gott sei Dank einmal. Ganz bitte jetzt. Ja. Yes. Fremd. Man muss aber sagen, gerecht. Gerecht oder gerecht. Vierter Treffer in seiner Kapp. Geschichte. Oh. Was sieht der? Oh. Oh. Woher? Oh. Oh. Alter, vorder. Oh, schön. jetzt steht halt doch nicht gut dahinten nein 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 ich kann nicht mehr wechseln na ok nein 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 ja wirklich gutes match aber dann gutes match ja keine der mannschaft hat sich gingen lassen muss man bitte auch zuerst sagen, schön gedreht ja ja damit alldach ausgeschieden sportfreunde leute weiter das ist jetzt der zweite zweite gist wieder mal und dann bis zum nächsten mal wir hören uns haut rein macht's gut ciao